So, herzlich willkommen am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, dem ersten deutschen Internet-Institut und willkommen zum Digitalen Salon. Das Event, das wir seit gefühlt 50 Jahren zusammen mit der Kooperative Berlin gemeinsam veranstalten und wo wir immer versuchen, sozusagen einen Blick in die Zukunft zu erhaschen. Also ihr seht, Zukunft ist quasi so Teil unserer DNA und deswegen ist es auch schön, dass wir heute das Thema auf dem Tisch haben. Mein Name ist Benedikt und ich leite eines der drei Forschungsprogramme hier am Institut für Internet und Gesellschaft und zwar zu Wissen, also quasi wie wird Wissen in der Wissenschaft produziert und eigentlich ist das ja, würde ich sagen, ein bisschen ungewöhnlich, dass ich heute hier stehe, weil, sagen wir mal, die Zukunft nicht unbedingt in den typischen Gegenstandsbereich der Wissenschaft fällt. Also, das ist ein bisschen Federmausland für Wissenschaftler, wir sind sehr gut darin, sagen wir mal, die Sinn aus der Vergangenheit zu stiften, wir sind gut darin, die Gegenwart zu kritisieren, aber in Zukunft, damit beschäftigen wir uns eigentlich nicht. Ja, und das ist schon schade, denn wie sonst sollen wir uns den großen Herausforderungen, die wir alle haben, Klimawandel, heute sind es irgendwie 50 Grad oder so, wie sollen wir uns diesen großen Herausforderungen stellen, wenn nicht quasi auf den besten Wissen, das wir haben. Also die Wissenschaft ist gefordert und auch um das klarzustellen, ich bin auch der festen Meinung, dass Zukunft Teil der Wissenschaft ist. Schließlich hat auch Leibniz, so quasi einer der Gründungsväter der Wissenschaft, gesagt, dass wir an den besten aller möglichen Welten arbeiten sollen. Und die besten aller möglichen Welten sind sozusagen eine workable future. Also ich würde sagen, er spricht quasi nicht nur von Utopien, sondern von eben diesen bestmöglichen Szenarien und die kritische Reflexion, also über mögliche Zukünfte, könnte beinahe auch ein wissenschaftliches Paradigma sein. Ja, und ich habe selbst Leibniz auch bei Wort genommen und ich vermute, dass das auch der Grund ist, weshalb ich heute Abend hier stehen darf. Und zwar habe ich zusammen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen vom Forschungsprogramm einen Essay-Wettbewerb initiiert. Der heißt 2040, also wie schaut die Zukunft in 20 Jahren aus? Und wir haben Wissenschaftler gefordert, eben über mögliche Zukünfte nachzudenken, über Utopien der digitalen Gesellschaft nämlich. Und es war auch eine sehr schöne Sache. Wir haben mehr als 80 Bewerbungen bekommen, haben Ende 12 ausgewählt und haben eben mit denen zusammen Zukunftsentwürfe als Essay gemacht. Und irgendwann Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres wird auch das Buch veröffentlicht. Das wird auch Open Access sein, ihr müsst es nicht mal kaufen, also stay tuned. Und wenn ihr später noch Lust habt, irgendwie darüber zu sprechen, ich stehe bestimmt draußen mit einem Wein oder zwei. Und ansonsten habe ich auch eine Kostprobe mitgebracht heute, nämlich eine unserer Diskutantinnen ist auch eine der Teilnehmerinnen bei unserem Essay-Wettbewerb gewesen, also Isabella. Und auch sonst haben wir natürlich wie immer hervorragende Gäste, die uns heute Abend ein bisschen die Zukunft näher bringen werden. Und von daher mache ich die Bühne frei und eröffne sie für Katja und drei wunderbare Gäste. Viel Spaß heute Abend. Danke. Kommt gerne zu mir und nehmt Platz. Herzlich willkommen, ihr Verrückten. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass außer den drei Diskutantinnen und vielleicht den Kollegen aus der Redaktion und der Technik und den HIG-Lan noch jemand kommt. Ich meine, der Erdball schmilzt. Ich hätte vermutet, man sitzt dabei lieber irgendwie unter einer alten Kastanie und trinkt ein Bier. Umso mehr freue ich mich, dass ihr heute Abend gekommen seid und dass dieses Thema offenbar die Hitzeermattung toppt. Also herzlich willkommen. Mein Name ist Katja Weber. Wie immer wird gestreamt, wird diese Veranstaltung gestreamt. Wie immer könnt ihr, wenn ihr uns im Stream seht, schönen guten Abend, per Twitter, Hashtag Dixal reinwerfen, was ihr vermisst hier auf der Bühne oder was ihr gerne ausführlicher diskutiert hättet. Und dann versuchen wir auf jeden Fall, das aufzugreifen. Wir sind 50 Jahre von dem entfernt, was vor 50 Jahren total futuristisch war, genauer gesagt einen Monat noch. Dann feiern wir den 21. Juli 1969. Am 21.07. um 3.56 Uhr unserer Zeit haben die ersten Menschen den Mond betreten. Das war Science-Fiction pur und zwar in der Gegenwart, also im damaligen Jetzt, in der Zeit des Kalten Krieges auch. Heute sieht die Welt ein bisschen anders aus. Wir können so ziemlich jedes Konsumprodukt zu uns nach Hause bestellen. Wenn ihr jetzt auf eurem Smartphone noch irgendwas ordert, ist das sehr wahrscheinlich morgen da. Wir können uns mit Menschen, mit Pflanzen, mit Tieren auf dem Erdball in Echtzeit vernetzen. Wir können per Drohne töten, wir können online daten und das Wort Social Scoring, also gelebte Praxis in China, geht uns ziemlich leicht über die Lippen. Was also erzählt uns Science-Fiction im heißen Sommer 2019 über uns, über unsere Gesellschaft und über zukünftige Gegenwarten, wenn wir die im Plural denken wollen? Das bespreche ich heute Abend und bevor Kritik geäußert wird, artikuliere ich die selbst mit einem All-Female-Panel. Das hat sich so ergeben, was ich natürlich immer scharf kritisiere, wenn diese Erklärung bei All-Male-Panels dazu gereicht wird. Es sind erfreulich unterschiedliche Perspektiven hier bei uns aufs Thema versammelt. Und wie immer gibt es den leeren Stuhl. Also wenn ihr euch vielleicht doch aus diesem Hitzekoma noch emporraffen und nach vorne kommen könnt, wäre das super. Und beschreibt uns gerne eure Leseeindrücke oder vielleicht auch Aspekte zur Diskussion hier vorne. Ihr seid wie immer herzlich eingeladen. Ich stelle euch unsere Gäste vor. Isabella Herrmann ist promovierte Politikwissenschaftlerin, großer Science-Fiction-Fan. Beruflich verbindet sie beides, also das Beste aus beiden Welten, in einem Arbeitsbereich, der sich Popular Political Science nennt. Wobei ich mir nicht ganz klar war, Isabella, ob der sich so nennt oder ob du ihn so nennst. Okay, alles klar. An der BBAW, also an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, quasi in der Nachbarschaft, koordiniert sie den Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Leila Sünnwold ist bei uns, sie will zum Mars. Vorher beendet sie aber ihr Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UDK. Ihr lacht, aber da ist es schön kalt, also heute könnte man sich hinwünschen. Und sie wird uns erzählen als Science-Fiction-Enthusiastin, was es auf einem eben arschkalten und unwirtlichen Planeten zu erleben gibt und wieso du dahin willst. Herzlich willkommen. Sina Kamala Kaufmann hat schon alles Mögliche gemacht. Das ist jetzt eine etwas längere Aufzählung bei dir. Performance, Tanz, Spielentwicklung, politisches Online-Campaigning. Studiert hat sie Philosophie, Politikwissenschaft und öffentliches Recht. Und Anfang des Jahres ihr literarisches Debüt rausgebracht. Vielleicht hat ja der eine oder die andere von euch das gelesen. Helle Materie heißt das und im Untertitel wird es klassifiziert als nahfantastische Erzählung. Also es ist ein Kurzgeschichtenband. Und in diesen Kurzgeschichten bewegen sich Leute, die Timo, Ronja oder Paul heißen, oft durch eine Stadt, die mir vorkommt wie Berlin. Und die sich entscheiden müssen, wie es weitergeht mit ihnen in puncto Selbstverwirklichung, Karriere oder das Leben als soziales Wesen so im Allgemeinen. Und da würde ich gerne einsteigen, Sina, bei den nahfantastischen Erzählungen. Also das, was du beschreibst, fühlt sich wirklich nah an. Für mich ist es so wie Gegenwart plus so ein kleines X. So ein paar Stellstrauben sind irgendwie anders gestellt. Aber das Wesentliche ist was, wo ich direkt einsteigen kann. Trotzdem gibt es immer mal wieder so eine Irritation, wo ich merke, nee, ist doch nicht meine Gegenwart. Die Gesellschaft ist vielleicht so ein bisschen stärker gamifiziert. Also zum Beispiel wetteifern, ganze Gemeinde oder Städte darum, wer der Tollste ist in puncto Strom sparen. Es gibt sogar eine Geschichte, eine Begegnung zwischen Bill Gates und Mark Zuckerberg. Also eine fiktive Begegnung, die du in eine fiktive Vergangenheit gelegt hast. 2006 steht oben drüber. Begreifst du deine Geschichten überhaupt als Science Fiction? Ui, das musst du gleich erklären. Und am besten ins Mikrofon, dann haben alle was davon. Das ziehen die Kollegen hoch. Ja, hallo. Wirklich krass, dass ihr alle hier seid. Es ist super. Ja, das finde ich, das ist eine schwierige Frage. Das ist nicht so eine leichte Frage, weil wenn man sowas macht und so Genrebezeichnungen, glaube ich, in jedem so einem Prozess sich das auch sehr, sehr oft verändert, was das jetzt eigentlich ist oder was man da eigentlich tut. Aber in gewisser Hinsicht kann ich mit der Bezeichnung schon leben. Es ist irgendwie müßig, wie man es jetzt bezeichnet. Aber ich denke schon, weil es sind halt alternative Gegenwarten, alternative Welten in gewisser Weise. Ich denke, damit kann man leben. Also im Vergleich jetzt, welche Definitionen von Science Fiction haben wir denn? Haben wir ja verschiedene. Aber vielleicht in der von Ted Chiang könnte ich dann mitgehen. Also die sozusagen, ich bei ihm, aber ich werde, naja, er macht vor allen Dingen eine Abgrenzung auf zwischen Fantastik und Science Fiction, was ich schon auch mal interessant finde. Und sagt dort, es geht halt darum, dass Gesetzmäßigkeiten eingehalten werden, also dass die Möglichkeit, bestimmte Gesetzmäßigkeiten zu haben, besteht. Um das jetzt mal ganz kurz zu fassen und nicht jetzt am Anfang da schon zu tief einzusteigen. Aber für dich war es keine Option, als Untertitel oder als Genrebezeichnung Science Fiction zu wählen. Also das ist interessant, zum Beispiel bei meinen Geschichten, das war ja dann diese Debatte auch apropos Frauen und Science Fiction bei Wikipedia. Und da war interessant, weil da war zunächst, bestand bei mir Social Science Fiction, was ich ganz, also das finde ich einen ganz schönen Begriff und finde ich trifft es irgendwo auch ganz gut. Und dann hat sich das aber, wie das halt so bei Wikipedia geändert und dann stand da plötzlich Dystopien als Kategorie. Und ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, wie ich das selber bezeichne, aber ich kann mit allem leben. Also ich finde das durchaus eine legitime Genrebezeichnung, für was ich da gemacht habe. Also die Dystopien könnten wir uns jetzt gleich schnappen, aber ich würde sie gerne nochmal ein bisschen ausklammern und weiter hinten anstellen. Und damit ihr, ihr habt jetzt vielleicht das Buch nicht alle gelesen, eine Vorstellung bekommt, will ich mal eine Sache kurz umreißen. Ich habe ja gerade gesagt, Gamifizierung spielt eine Rolle und du spielst auch, nämlich mit mir als deiner Leserin zum Beispiel. Am Ende von jeder Geschichte wird eine Lösung angeboten, auch als solche bezeichnet und kursiv gesetzt, die die zuvor gelesene Geschichte einordnet oder ihr irgendwie so einen historischen Rahmen verleiht. Dann nehme ich zum Beispiel mal die Geschichte Stöckelquote, in der verkleidet sich ein junger Mann, Daniel, als Frau, offenbar mit sehr gemischten Gefühlen und überlegt, wie das ist, so ins Büro zu gehen. Und du überlegst natürlich als Leserin, was hat der vor, welche Motivation hat er, Lösung, die große Bank, bei der er arbeitet, macht Gebrauch von einer Regelung der Bundesregierung im Jahr 2020 erlassen. Falls nicht ausreichend Frauen da sind für eine Fifty-Fifty-Quote in den Vorständen, dürfen sich Männer in klassischer Frauenkleidung sozusagen einschleichen, um das auszugleichen. Wieso hast du diesen Aufbau gewählt, also teilweise eine Geschichte, die teilweise rätselhaft ist, aber teilweise auch sehr gegenwärtig wirkt und dann diese Lösung, also dieser Köder, ja, wenn man das Prinzip einmal geschnallt hat, wartet man ja auch immer auf die Lösung. Ja, in so einem Prozess sind viele Dinge auch Zufälle, wenn man so eine grobe Vision hat und sich dem so nach und nach ernährt. Und in dem Fall, also oder es ist manchmal so, dass die Gefahr ist, man hat eine Idee und dann erzählt man die so aus. Also das ist nämlich das Spannende daran, wenn man sagt, man hat jetzt irgendwie eine Innovationsidee oder so sollte die Welt vielleicht aussehen. Dann ist das Schöne am Schreiben von Geschichten, dass man, wenn man das so in so alltäglichen Situationen durcherzählt, nochmal ganz vielen Aspekten begegnet, die man vorher noch nicht bedacht hatte. Und gleichzeitig ist man immer wieder mit sich selbst und mit seinen eigenen Vorstellungen, was gut oder schlecht ist, ganz auf einer ganz anderen Ebene nochmal konfrontiert. Man begegnet dem irgendwie dann, wenn man es ja durchspielt, also man muss ja ganz viele Aspekte, die man sonst, wenn man so anders durchgehen. Und dadurch ist es so ein spielerischer Aspekt, auch mit zu sagen, wie nähere ich mich denn jetzt einer Alternative an, ohne quasi auch zu sagen, so sollte es sein oder so. Sondern wie öffne ich vielleicht auch einfach einen neuen Raum, um über Dinge nachzudenken oder so zu sagen. Und wie geht das überhaupt? Das muss ich auch erstmal selber schaffen. Ich muss mich ja auch erstmal selbst befreien. Aber wieso diese Form des Rätsels? Also eine Lösung beinhaltet ja, dass das vorher rätselhaft war. Ganz gute Frage. Danke. Ich hatte zwischendrin einen Arbeitstitel. Das war vollständige Verschwörungstheorien mit Lösungen Teil 1. Und das fand ich auch lustig. Und das hat mich auch dann immer motiviert, weil ich dachte, das ist so schön absurd. Und dann war das, einmal das kam so, da habe ich die Geschichte so durcherteilt, da war die Idee da. Es tut mir leid, dass das so schwierig zu erklären ist, aber es sind auch so Prozesse. Also ich weiß nicht, sind das Rätsel? Hast du das als Rätsel erlebt? Naja, ich finde so in dem Wort Lösung liegt, dass vorher etwas verrätselt war. Und sie sind ja auch irritierend oder rätselhaft teilweise. Du hast jetzt auch nochmal zwei andere Facetten genannt, dass sie absurd und auch witzig sind. Aber ich finde so Lösung heißt schon, nun mach dir mal deinen eigenen Reim drauf. Okay, jetzt hast du es nicht geschnallt, sage ich dir die Lösung. Was ja natürlich auch oft mit so einem Augenzwinkern ist. Da es ja erdachte Lösungen sind, hätte ich ja als Leserin nicht drauf kommen können. Ja, das hat dann schon noch eine Dimension, glaube ich. Weil ich glaube oft das Bedürfnis, gerade bei so Digitalisierungsfragen, mit denen ich mich ja vorher beruflich und auch so beschäftigt habe, sehr, sehr viel. Oder bei viel, das sind ja quasi große Zukunftsthemen. Da ist oft so unglaublich stark das Bedürfnis, danach da jetzt zu wissen, wie es kommt. Oder so eine Lösung schon präsentiert zu bekommen. Also diese Berechenbarkeit von bestimmten Abläufen. Und dann auch sowas erklärt zu bekommen. Auch jetzt kriege ich dann welche gefragt, ja und jetzt haben die Menschen Angst vor der Digitalisierung. Was sollen wir denen denn sagen? Oder so Sachen kommen sehr, sehr häufig natürlich. Und ich glaube, damit spielst du ein bisschen oder damit versuche ich ein bisschen, das sozusagen, ja, den Spiegel vorzuhalten. Hat auch schon wieder was anders. Was anders Schreckliches. Okay, dann vielen Dank erstmal für den Einblick in dein Buch und in deine Gedanken dazu. Und dann würde ich den Ball gern rüberspielen zu Isabella, also sozusagen aus dem Schaffen der Autorin zur Politikwissenschaftlerin, die sich das dann anguckt und die an ein bestimmtes wissenschaftliches Interesse damit verbindet. Ich habe von dir einen Vortrag gehört, da wird schon mal ganz klar, dass du Science-Fiction liebst. Und dann sagst du, das ist nicht nur Unterhaltung, sondern politische Bildung. In wie fern denn? Ich bin ja Politikwissenschaftlerin und vor dem Hintergrund ist ja eine Berufskrankheit, dass ich alles politisch sehe. Also sehe ich natürlich Science-Fiction auch politisch. Und zwar vor dem Hintergrund, es ist ja schwierig, politisch an sich zu definieren, aber einfach zu sagen, es ist eine Aushandlung von gesellschaftlichen Ordnungsstrukturen letztendlich. Und dann braucht man bestimmte Wertzuweisungen oder weist bestimmte Werte zu und demnach auch die Ressourcen. Also sieht man jetzt ja auch in der Klimadebatte. Also welche Werte haben wir und werden jetzt Ressourcen reingesteckt, politisch was zu verwirklichen. Und vor dem Hintergrund ist Science-Fiction ein sehr ergiebiges Feld, weil es letztendlich, es geht ja um technischen Fortschritt, meist in der Zukunft. Und ich gucke sehr stark auf Filme letztendlich, weil das eben ist, was die Leute gucken. Also wenn ich sage, es ist politische Bildung, da muss man auch die Leute erreichen und die gucken natürlich meistens die bekannten Blockbuster und lesen nicht Nischenromane, die vielleicht viel reichhaltiger wären, aber man muss sich da tatsächlich dann auf die popkulturellen Phänomene dann einlassen. Und vor dem Hintergrund, wenn es dann Fortschritt ist, technischer Hinsicht in der Zukunft, dann hat man eben so eine Art Novum oder so eine Art Neues, also sei das irgendwie eine neue Technologie, sei es Kontakt mit Außerirdischen, sei es eine Epidemie, also was auch immer, so die Maximalkonfrontation auch mit dem Anderen. Und in diesem Bereich letztendlich kristallisieren sich gesellschaftliche Problematiken viel stärker raus. Also man guckt dann wie mit so einer Lupe letztendlich drauf. Social Science Fiction war ja ein Begriff, den Sie davon haben. Genau, weil ich bin ja dann klar, Sozialwissenschaftler, und mich interessiert natürlich immer, was dann diese Konfrontation mit dem Anderen oder technische Fortschritte, was es mit gesellschaftlichen Strukturen macht. Und es ist eben das Interessante an Science Fiction, weil dadurch ist es verfremdet, aber man erkennt weiterhin die sozialen Strukturen, die eben drinstecken, in extremer Hinsicht. Und ein Beispiel ist District 9 oder Elysium oder Children of Men, wenn wer die Filme kennt, wo es ja ganz klar ist, dass uns da ein Spiegel vorgehalten wird. Die Aliens, die stehen da für eine Folie für marginalisierte, diskriminierte, ausgeschlossene. Und da ist es natürlich recht banal oder sehr offensichtlich, dass es hier um politische Problematiken geht. Ich habe ein Interview gelesen mit William Gibson, da beschreibt er sich als Archäologe der Gegenwart. Das, was du sagst, klingt so, als würdest du das unterschreiben. Science Fiction ist so eine Art Archäologie der Gegenwart. Ja, könnte man so sagen, auf der einen Ebene, wenn man es tatsächlich als Spiegel auch der Gegenwart auffasst. Aber es ist natürlich auch, es muss nicht immer direkt inhärent politisch sein, also dass die Filme an sich politisch sind, sondern die können ja auch von was anderem handeln und werden dann politisch für was eingesetzt oder haben eine darunterliegende Botschaft. Hast du ein Beispiel für diesen Fall? Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, also für einen schönen Intertext, den ich sehr spannend finde, das ist dann zum Beispiel Robocop oder iRobot und da gab es diese Campaign to Stop Killer Robots oder die gibt es immer noch, die sich eben gegen autonome Waffensysteme einsetzen und die haben sich dann ganz stark auf diese Filme auch rekurriert. Und es gab dann auch tatsächlich Berichte, also es steht alles unter der Ägide von Human Rights Watch, die dann letztendlich in diesen Berichten fast wie so eine Beschreibung von Filmszenen abgeliefert haben. Und es wird eben, wenn man den Film guckt, wird es nicht sofort klar, aber da steckt eben auch eine politische Aussage dahinter, aber eher indirekt. Also da muss man einfach tiefer nachforschen und darauf auch aufmerksam machen, dass man sich erschließen kann. Dann müssten wir, Leila, jetzt ja nur noch gucken, ob Science Fiction so im Großen und Ganzen, im Breitenfeld eher Dystopien oder eher Utopien entwickelt und dann sehen wir, wie glücklich wir sind so als Welt oder als Gesellschaft. Je nachdem, vielleicht könnte man es runterbrechen auf Nationalstaaten oder auf Kontinente. Ich kann es nicht sauber belegen, aber mein Eindruck ist schon, es gibt mehr Dystopien auf dem Markt, sowohl im Film wie in der Literatur, als irgendwie Hoffnung oder Technikoptimismus oder eine große Vorfreude auf das, was kommt. Also es gibt mehr 1984 oder Grime als Arrival oder Star Trek, um das jetzt mal so vielleicht grob zu gliedern. Was würdest du sagen, wie steht es denn so um die Zukunftserwartung in der Gesellschaft? Wie freudvoll gehen wir dem nächsten Jahrhundert entgegen? Also wenn ich von mir selber ausgehe, natürlich sehr freudvoll. Ja, das stimmt. Vor allem auf die ganzen Mars-Themen. Aber ich glaube, Science Fiction schafft eben dystopisch einmal sehr viel vielleicht Angst und Risiken und Beschäftigung in der Richtung und natürlich auf der anderen Seite total viel Pioniergeist und diese Begeisterung. Und das liegt, finde ich, immer daran, wie negativ oder positiv konnotiert diese Diskursbeiträge eigentlich sind. Ich wollte ganz kurz darauf eingehen, was du gesagt hast, dass diese Formen der politischen Bildung eigentlich immer auch Science Fiction sind. Und ich finde es total interessant, wie nicht nur klassische Filme oder Bücher als Science Fiction deklariert werden oder eigentlich sind, sondern auch diese ganzen Beiträge, die so Unternehmer liefern, die über die Themen wie Mars zum Beispiel oder auch KI reden. Das ist doch auch alles irgendwie Science Fiction. Das sind alles Zukunftsvisionen, die kommuniziert werden. Also es wird, wenn die Menschen in diesen Feldern reden, also über Mars oder KI, dann redet man eigentlich immer irgendwelche Science Fiction Sachen. Das sind alles Dinge, die liegen so weit in der Zukunft. Und das ist eben alles noch nicht da. Und es wird aber darüber geredet, als wäre es schon längst da. Und das finde ich total interessant, weil das, glaube ich, der essentielle Punkt ist, der uns dann beeinflusst, ob wir Zukunft begeistert entgegensehen oder eher nicht so begeistert. Das lässt mich das noch kurz verstehen, wenn du dieses Beispiel KI bringst. Du sagst, dass wir reden über Dinge, die noch nicht da sind. Wir reden über die Zukunft. Aber natürlich ist es ja in Grundzügen da. Also es ist ja jetzt nicht totales Wolkenguckungsfall. Genau. Ja, klar, es gibt die Grundbausteine davon. Aber wenn wir jetzt über die Mars-Kolonisation reden, dann reden wir vor allem auch über den Weg, wie wir da hinkommen und alles. Und es gibt faktisch noch nicht die Rakete, die uns da hinbringen soll. Es gibt noch nicht das System, wie wir dort überleben können. Und es gibt ja auch noch keine KI, die so weit entwickelt ist, dass sie wirklich selber lernen kann, richtig? Das heißt, man geht von den Technologien aus, die da sind. Aber Science-Fiction ist für mich ein Weiterspinnen dieser Trends, dieser Technologien. Also jetzt waren wir ja bei den Beispielen von Sinas Geschichten. Da war das Beschriebene recht nah. Bei dir habe ich das Gefühl, Science-Fiction ist doch, beschreibt eher einen Weg, bei dem das Ziel oder da, wo man rauskommt, nicht klar ist. Also wir formen die Gegenwart auf dem Weg dahin. Ja, genau. Also ich glaube, es ging ja auch so ein bisschen um die Frage, was hat denn Science-Fiction für einen Einfluss auf die Gegenwart? Und da ist, denke ich, hat Science-Fiction immer einen größeren Einfluss, wenn es um Utopien und Dystopien geht, diese Extremen und auch die fantastischen Geschichten. Und weniger, wenn man sich mit den Geschichten beschäftigt, die eben noch sehr nah an der Gegenwart sind. Denn wenn wir uns mit den Utopien und Dystopien befassen, die sehr extrem sind, dann fangen wir an, so ein Feld als normal zu akzeptieren. Denn, also ich meine, ihre Reaktion war ja auch sehr ungläubig, als es darum ging, dass ich gern zum Mars möchte. Das liegt einfach daran, so war ich ja auch am Anfang. Ich war total erschrocken oder abgeschreckt von der Vorstellung, auf dem Mars zu leben. Aber wenn man sich damit befasst, wenn man Filme schaut und Bücher liest und dieses Feld näher versteht, dann wird das Ganze irgendwann normal. Und diese Normalität zu erzeugen, ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, den Science-Fiction leisten kann. Okay, über den Umweg über die Zukunft dann doch wieder in der Gegenwart ankommen. Ihr seid gerne und jederzeit aufgefordert, einfach Platz zu nehmen, wenn ihr was reinwerfen oder loswerden wollt. Ich würde derweil dich, Sina, gerne noch mal fragen nach einer Geschichte mit dem schönen Titel Opt-in-Slavery. Da geht es um Ronja, eine kluge Frau, die sich dafür entscheidet, nach so ein bisschen Schwanken dafür entscheidet, sowas wie die Spielfigur, also die Real-World-Spielfigur eines Superreichen zu werden. Man kann eben gematcht werden oder sich anbieten. Dann wird der Superreich am anderen Ende der Welt, du kennst ihn gar nicht, dich coachen, erfolgreich durch dein Leben begleiten und du gewährst ihm im Gegenzug Zugriff auf all deine Daten und machst dich auch in gewisser Weise zu deinem Geschöpf. Ich habe jetzt helle Materie oder insbesondere auch die Geschichte schon als Dystopie gelesen. Da waren wir ja vorhin bei diesen Begrifflichkeiten. Hast du sie denn auch so geschrieben? Nein. Mist. Wieso kommt das dann bei mir so an, Sender-Adressaten-Problem? Ob sie es dann geworden ist, ist nochmal eine andere Frage, ob ich so geschrieben habe. Ah, okay. Aber Dann frage ich andersrum. Verstehst du, dass es bei mir so ankommt? Ja, klar. Ja, ja, klar. Also, ich glaube, das schwang ja eben schon mal als Frage auch an, warum entstehen vielleicht mehr Dystopien als Utopien? Weil es sehr, sehr schwer ist, Utopien zu schreiben. Und weil es auch, also eben genau aus dem, was ich eben schon beschrieben habe, dass man so, man hat so eine Vorstellung, so wäre die Welt vielleicht besser oder anders. Und da hat man vielleicht, vielleicht hat man eine Idee. Zwischendrin war es bei mir so, dass ich dachte, oh, das wäre doch was, das wäre doch total toll. Und dann habe ich gedacht, okay, dann erzähl es doch mal durch, denk es doch mal erst mal zu Ende, bevor du irgendwie das machst. Also, das war jetzt gerade aus dem Bereich, wo ich kam, wo halt die Sachen unglaublich schnell passierten. Also, ich war davor im Bereich Social Gaming, wo es auch um ähnliche Fragestellungen für mich ging, da war Facebook zum Beispiel noch ganz klein. Und ich habe da sehr viel mitbekommen, wie schnell plötzlich Dinge Realität werden auch. Und wie schnell das dann weltverändernde auch Techniken sind. Und gleichzeitig ist man da dann, war ich auch quasi Teil so eines Prozesses in gewisser Hinsicht, der sehr schnell ginge, bei dem man gar nicht nachdenken konnte. Da wusste ich, die einzelnen Akteure haben gar nicht drei Schritte weiter denken können, weil es so schnell ging, aus Grund von bestimmten Mechaniken. Und so war ein Gedanke, Moment, vielleicht kann man diese Sachen mal auf eine andere Weise durchdenken, ohne jetzt gleichzeitig, also mit einem, eher mit einem forscherischen Aspekt auch. Also, ich glaube, es war, es ist eben beim Schreiben selber, habe ich nochmal total viel gelernt. Und zwar vielleicht umfassender oder für mich auf eine Weise spannender, als das jetzt wissenschaftlich möglich ist. Weil ich ja ganz andere emotionale Komponenten oder auf eine andere Weise emotionale Komponenten untersuche, wenn ich untersuche. Naja, es ist schon ein wissenschaftliches Vokabular, das du benutzt, ne? Die Sache durchdenken, untersuchen, denkt es mal zu Ende, auch die nächsten Schritte und Entwicklungen. Ja, und ich glaube, da waren schon viele Fragestellungen, die dabei auch aufkamen. Also, ja, beantwortet das die Frage? Darf ich noch kurz eine Frage stellen? Ja. Gab es denn, weil du auch gerade, es ging um den forscherischen Aspekt und die Intention dabei, hattest du so eine Intention, am Ende irgendwie die Technologie, was du beschreibst, oder dieses Novum eben auch nahbarer zu machen durch deine Geschichte? Oder ging es dir mehr um den Storytelling-Aspekt selber? Ich wollte Sachen erfinden auch und auch eine Alternative, also mir erstmal sich überhaupt erstmal was wirklich Neues zu überlegen. Also was wirklich, wirklich Neues, weil natürlich gibt es tausend Sachen, an die man irgendwie anknüpfen kann, aber und man hat ja ständig tausend Ideen so. Und ich glaube, der Schreibprozess ist dann, ja, einerseits die Ideen total ernst zu nehmen und andererseits halt auch wieder überhaupt nicht. Das ist ja das Schöne an der Science-Fiction, dass man so diese dichterische Freiheit hat, einfach mal Sachen zu erfinden und wegzukommen von diesen realistischen Betrachtungsweisen. Obwohl tatsächlich genau diese Idee matche einen superreichen mit einer Person, die Unterstützung gebrauchen kann, habe ich gedacht, wahrscheinlich melden sich bei dir demnächst Investoren, die Geld abwerfen wollen für dieses Social Game, oder? Ja, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen erschreckend, wenn ich dann sowas ausschreibe und dann ist da so. Es gibt quasi so Charity-Aspekte, da steckt ja viel drin in der Geschichte, wenn man quasi den sozial-wissenschaftlichen Background nehmen würde. Aber ja, es gibt schon so Charity-Organisationen, die beispielsweise versuchen, also so ein Matchmaking auch herzustellen beispielsweise. Manchmal habe ich eine Idee und denke, die ist gut und dann merkt man, oh Moment, die hat so einen kleinen Haken. So, jetzt haben wir Besuch bekommen. Ja, hallo. Hallo, wer bist du denn und mit welcher Frage oder Erzählung kommst du? Ich bin Benno und ich habe gerade auch darüber nachgedacht, über dieses Gespräch, wo es darum ging, warum vielleicht mehr Dystopien geschrieben werden oder mehr Medien über Dystopien produziert werden als über Utopien. Und ich denke, dass einerseits, also allein so von so einem Storytelling-Aspekt ist es, glaube ich, immer spannender, so ein bisschen eine düstere Seite zu beleuchten von etwas. Und ich glaube auch, dass, ich habe nie eine Science-Fiction-Geschichte geschrieben oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man probiert, eine Utopie zu schreiben, kommt man zwangsläufig immer an den Punkt, wo es möglicherweise dann zu einer Dystopie wird. Und ich denke, dass das auch ein ganz guter Spiegel ist davon, dass wir immer versuchen, irgendwie große Lösungen zu generieren. Und das klang ja auch gerade schon so ein bisschen an, so dieses, ah, wir stehen vor einem Problem und wie lösen wir das? Und dann kommen irgendwelche großen Ideen und eine Utopie oder eine utopische Idee, so eine Science-Fiction-Idee ist ja immer eine, oder häufig, so wie das hier durchklang, auch dann so etwas ein bisschen Großes, Großartiges. Und gerade denke ich, oder gerade da denke ich, bei diesen großartigen Ideen ist natürlich immer die Gefahr groß, dass, oder ist es, glaube ich, einfach in der Natur der Sache, dass das auch einen großen Preis hat. Und genau dieser große Preis ist vielleicht dann Storytelling-mäßig auch das Spannende, wenn sich das dann später irgendwie zeigt. Also, wenn ich es richtig verstehen würde, würdest du sagen, eine Utopie begegnet sich irgendwann mit der Dystopie in so einem totalitären Anspruch, in so einem weltumspannenden Zwangsbeglückungsprogramm, wie auch immer das im Einzelnen aussieht? Genau, also das, denke ich, ist eine ganz große Gefahr, wenn man irgendwelche großartigen Lösungen irgendwie versucht, schnell durchzusetzen. Und ich glaube, dass das auch ganz gut widerspiegelt, inwiefern das irgendwie auch menschliche Natur ist oder einfach Natur. Nämlich, es gibt einfach nicht nur das Gute, sondern möglicherweise zur Hälfte auch das Schlechte sozusagen, oder das Gute und das Böse. Und von daher wäre es sehr unrealistisch, wirklich eine Utopie schaffen zu können. Isabella, was sagt die Forscherin? Volle Punktzahl oder ja, aber? Nee, geht schon in die richtige Richtung. Nee, es ist absolut, also man braucht ja eine Story. Und eine Story ist nur interessant, wenn es einen Konflikt gibt. Und deswegen geht es ja dann oft in eine konfliktgeladene dystopische Ecke rein. Und wenn es dann auch einen utopischen Charakter hat, also wie zum Beispiel Star Trek ist ja so das Standardbeispiel. Das ist ja so ein großer utopischer Überbau, also so die postkapitalistische Gesellschaft. Aber in der gibt es ja auch ganz viel Konflikte. Und letztendlich werden ja die Konflikte innerhalb der Menschheit dann auf die Außerirdischen übertragen. Es ist total militarisiert und die Föderation ist auch dann so ein Club von Weißen irgendwie. Also es ist halt ein Setting des Utopisches, wo dann auch genau wieder die Konflikte drin sind, weil sonst wäre es ja langweilig. Es ist dann schwer, da was Interessantes zu erzählen. Was ich halt nur interessant finde, ist überhaupt die Idee von einer Utopie. Also wenn wir jetzt sagen, wir sind so in einem Ideal von Liberalismus oder liberalen Humanismus oder Good Governance Demokratie, wenn das so unser Standard ist, dann ist es oft bei Filmen oder bei Büchern auch, die in eher einer näheren Zukunft spielen, also wo die Technik noch irgendwie abbildbar ist. Also wo es dann um soziale Kontrolle geht durch irgendwie Technologie oder auch das Ganze mit KI und Maschinen oder auch mit Weltraumreisen, also wo auch schon technische Möglichkeiten sind. Da haben wir noch immer dieses Ideal dann von so einem Good Governance Demokratie Prinzip und dann wird die Technik schnell benutzt eben, um eine Kritik zu äußern in Form von einer Dystopie. Was halt Interessantes ist, wenn man das dann hinter sich lässt, also diese Idee, dass wir eine liberale Demokratie möchten, dann sind Utopien tatsächlich möglich. Also es gibt dann auch Bücher, wo dann Klunggesellschaften entworfen werden und da ist dann kompletter Friede oder Gedanken oder Mind-to-Mind-Talk, also Gedankensprech. Man sagt, man ist dann eigentlich der vollen Kontrolle durch anderen ausgesetzt, aber in den Büchern selbst sind es dann tatsächlich utopische Settings, wo es dann funktioniert. Moment, lass ich das kurz verstehen. Demokratie ist ein Utopie-Schreibehindernis? Ja, in der Hinsicht schon. Und sobald man, also man ist eigentlich gezwungen letztendlich, die Ideale aufzugeben, nur dann ist man ja auch wieder in der Dystopie. Also es ist eine ziemliche Krux, aber wenn man sich das immer... Aber kannst du dir nicht eine Demokratie vorstellen, die noch demokratischer ist als unsere? Ich finde es sehr schwierig, weil es ist ja letztendlich, also durchaus das Streben nach Wettbewerb und Macht und nach der politischen Einigung, also man muss ja politisch immer Kompromisse machen. Also ich sehe irgendwo nicht, wie in dem System letztendlich eine perfekte Harmonie herrschen sollte, wo es ja letztendlich genau darum geht, wo man ja Werte zuweisen muss und Ressourcen verteilen muss. Also es gibt ja immer ein Knappheitsproblem. Und das ist letztendlich bei Star Trek gelöst, weil da gibt es das Knappheitsproblem nicht mehr. Also es gibt keine wirtschaftlichen Zwänge mehr. Das ist ja die Ausgangslage und dann kann sich jeder selbst verwirklichen und hat da keinen Drang mehr, irgendwie den eigenen Status zu erhöhen oder die eigene Macht auszuspielen in dem Setting. Aber in dem Sinn, also so wie wir letztendlich liberale Demokratie oder eine gute Gesellschaft auffassen, finde ich sehr schwierig. Okay, das ist schon mal ein interessanter Punkt. Jetzt würde ich aber gerne noch mal zu Leila springen und zwar mitten rein in den Technikoptimismus. Du kannst gerne noch bleiben, aber wenn du denkst, du hast gesagt, was du zu sagen hattest. Also ich glaube, mir würden jetzt ganz viele Ideen kommen, aber ich will auch nicht die ganze Zeit hier... Dann reichen wir das als Vorschlag weiter ans HIG nochmal einen Science-Piction-Workshop zu machen. Vielen Dank. Technikoptimismus war ja dein Stichwort. Jetzt haben wir hier gerade mit Benno und Sina und Isabella naja, mehr oder minder festgehalten, dass Utopie und Dystopie sich im Totalitarismus treffen. Du müsstest ja jetzt eigentlich sagen, Bullshit. Ich habe eine Utopie, die ist überhaupt nicht totalitär. Ich will auf den Mars. Also ich schon, aber ich glaube so, die Science-Fiction von heute auch nicht so richtig. Also ich habe festgestellt, auch die Mars-Science-Fiction-Werke, die es vor so 50, 60 Jahren gab, die waren teilweise noch sehr fantastisch und mal utopisch, mal dystopisch. Aber heute hat Science-Fiction sich in so eine Richtung begeben, die doch sehr wissenschaftlich orientiert ist. Also der Marsianer rettet Mark Watney ist so ein klassisches Beispiel für einen Film oder ein Buch, das sehr gut recherchiert ist, das ist sehr nah an den Techniken der NASA, an den Gegebenheiten auf dem Mars orientiert. Und das hat so, finde ich, wenig von Utopie noch Dystopie. Also es bewegt sich mehr in so einen wissenschaftlich orientierten Bereich. Aber bevor wir jetzt über den Marsianer reden oder über Matt Damon, der da oben eben leider vergessen wurde und dann sehen muss, wie er klarkommt, bis er wieder abgeholt werden kann, erklär uns nochmal kurz, also Tatsache, in dem Film geht es ja auch darum, auf dem Mars toben wochenlange Sandstürme. Du hast die Auswahl zwischen staubig oder felsig oder ich glaube, es gibt auch Landstriche, da ist beides. Es ist arschkalt und kein Tropfen Wasser. Wieso willst du da hin? Du müsstest ja jetzt erstmal pitchen, dass du da einen guten Grund hast. Die Frage ist eigentlich nicht so leicht zu beantworten. Für mich persönlich ist es die Vorstellung, auf dem Mars zu leben oder dort eine Kolonie zu errichten. Diese Vision von einer neuen Gesellschaft auf einem anderen Planeten irgendwie mit begleiten zu können oder initiieren zu können, ist sowas total Einzigartiges. Und so ein großer Traum, da wird alles andere irgendwie total klein nebenbei. Also alle Risiken, alle Gefahren, weiß ich nicht, spielen da gar nicht mehr so eine große Rolle. Ist das vergleichbar mit der ersten Mondlandung, mit der ich vorhin begonnen habe? Also einfach als so ein irrationales, außerhalb jedes denkbarer, also ein irrationales, dass das rational erlangt wird? Ja, also es war ja vor 50 Jahren mit der Mondlandung so ein ganz strukturierter Prozess, würde ich fast schon sagen, und auch sehr politisch meiner Meinung nach, dass man sich dieses Ziel gesetzt hat, wir müssen auf den Mond landen. Das war politisch bedingt durch diesen Wettbewerb mit der Sowjetunion. Und dann hat man angefangen, sich zu überlegen, wie können wir das legitimieren? Wie können wir die finanziellen Mittel dafür erhalten? Und wie können wir vor allem die Gesellschaft davon überzeugen, dass es sich lohnt, auf den Mond zu fliegen und dieses ganze Geld die ganze Zeit da reinzustecken? Und an dem Punkt stehen wir heute eigentlich auch. Wie kann man eigentlich legitimieren, dass es sinnvoll ist, auf den Mars zu fliegen? Und damals hat man dann eben Science-Fiction produziert und die Normalität des Ganzen etabliert und hat die Notwendigkeit und die Funktionalität vor allem, gerade durch Science-Fiction und durch die Medien, sehr genau in der Gesellschaft eingebracht. Darf ich eine Frage aufzustellen? Du hast das gerade beschrieben, dass das, was du am spannendsten fändest auf dem Mars, wäre ja eine neue Gesellschaft von scratch anfangen zu können. Ja. Was ist daran spannend? Du glaubst nicht, dass es von Anfang an geht? Nee, was daran spannend ist. Also was dich daran... Ja. Ich glaube, also ich finde es unheimlich spannend, wie viele verschiedene Visionen dabei entstehen können und was man... Also darüber nachzudenken, wie das Ganze funktionieren kann. Ich glaube, da gibt es nämlich sehr unterschiedliche Ansätze. Also ob das tatsächlich so eine Gesellschaft, so ein Reset wird oder werden kann oder ob das eben als Kolonie wirklich verstanden wird. Also es fliegen irgendwie 100 Wissenschaftler von der Erde hoch und fangen an, die irdischen Strukturen dort zu etablieren. Und ich glaube, da gibt es total viele verschiedene Szenarien. Also ich habe ein paar, zum Beispiel eins, ich habe letztens ein Science-Section-Buch gelesen, da wurde eine Kolonie auf der Venus errichtet und die war so eine sehr irdische Kolonie und wurde irgendwann, konnte aber nicht unabhängig werden, wurde also von der irdischen Gesellschaft unterdrückt und aufgehalten vom Fortschritt eigentlich. Andererseits hat Andy Wee in seinem zweiten Buch ein Szenario dargestellt, wo so eine kleine Erdenkolonie auf dem Mond tatsächlich geschafft hat, unabhängig zu werden und eine neue Wirtschaft aufzubauen, eine neue Gesellschaft. Und genau der Punkt, an dem eben von den 2000 Kolonialisten oder Forschern es überspringt zu dem, wir sind jetzt eine 10.000-Menschen-große Kleinstadt auf dem Mars, hier werden Menschen geboren und hier macht es auch einen Sinn, irgendwie zu leben. Ich glaube, das ist der Punkt, der mich sehr interessiert, wie man da hinkommt und was dann passiert. Darf ich noch? Na klar, gerne. Was ich ja da total spannend finde an den Fragestellungen jetzt mit Mars, also verändert sich dann der Mars oder verändern die Menschen sich? Also man muss sich ja irgendwie anpassen, also der Marsianer, das ist ja alles, der kann sich ja nicht auf dem Mars frei bewegen, man ist ja total angeschränkt. Also ist ja dann die Frage, also wie weit geht dann die Technologie, also muss man dann irgendwie Geo-Engineering machen oder was auch immer oder verändern sich dann die Menschen? Also es gibt ja genug Science-Fiction-Bücher, wo dann einfach, ja letztendlich durch Technologie, also es ist dann kein evolutionärer Prozess, dauert ja viel zu lang, aber wo man die Menschen auch technologisch umformt und wo dann einfach sich der Körper komplett verändert, aber dann verändert sich ja auch wieder das Menschsein. Also letztendlich wieder die Frage von vorher, wann ist eine Utopie, eine Dystopie und andersrum, wann ist ein Mensch noch ein Mensch und wenn ich auf dem Mars lang genug bin, bin ich dann noch ein Mensch eigentlich oder wird der Mars zur Erde? Also das finde ich ist ein unheimlich spannender Fragenkomplex, weil es geht ja auch wirklich um den Kern von dem, was wir als Menschen sehen und darum geht es auch in Science-Fiction. Also was ist der Mensch und wo hört das Menschliche auf und wo... Allein, dass wir darüber reden, finde ich total super, dass es anscheinend ja normal werden kann, dass so ein Szenario passiert. Also es ist ja gar nicht mehr so absurd, dass man sich vorstellt, wie können Menschen sich selber verändern oder wie können wir den Mars verändern, dass dort Menschen leben. Der Einwand, den ich hätte so spannend, alle diese Fragen sind, also ich habe mir da einen Tinkern-Talk angeguckt und dachte, es etabliert für mich ein bisschen unausgesprochen die Idee von so einer Wegwerferde. Die Erde ist abgefuckt, der Müll und das Klima und die Überbevölkerung, also Scheiß drauf und ab Richtung Mars. So, da habe ich gedacht, könnte man nicht diesen Überschuss oder vielleicht auch diesen Idealismus nutzen, um die Probleme da in den Griff zu kriegen, wo man sie selbst angerichtet hat. Auf jeden Fall. Also so die Erde ist immer noch Plan A und ist auch nicht so das Maßplan B. Also ich finde nicht, dass es rechtfertigt, die Erde zu vernachlässigen oder auch zu sagen, aber es schwingt in all diesen Utopien mit, so läuft irgendwie nicht gut, wir müssen noch mal gucken, geht da noch was? Ja, das war es. Richtig gut läuft es auch nicht. Aber dann technikoptimistischer, vielleicht ist ja der Weg zum Mars hin die Rettung der Erde. Also dass man auf dem Weg dahin Technologien entwickelt oder dann auch ein Bild, also das heißt ja immer, wenn der Astronaut dann in all das und sieht dann die Erde und also vielleicht ist es nicht, anstatt sich darauf zu konzentrieren, in den Weltraum zu gehen, die Erde zu retten, sondern genau damit oder dadurch. Ja, sich zu überlegen, was können wir erreichen an technologischen und gesellschaftlichen Fortschritt und was bringt das uns für die Rettung der Erde und das Weiterleben hier? Also ihr könnt euch nachher alle eintragen, Leila hat eine Liste dabei für die erste Mars-Mission, da können Sie sich freiwillig melden. Meldet euch, wenn ihr Raketen habt und das Geld habt. Aber Gina hat uns schon mehrfach die Stirn so in Falten gelegt und es dann doch wieder gelassen und jetzt wüsste ich aber doch gerne, was du dazu denkst. Ja, einiges natürlich. natürlich ist diese Art der Weltraumflucht ja auch eine Form Zukunft. Also ich denke viel über so Fahrtabhängigkeiten im Denken nach oder sozusagen, weil es geht ja auch um Denkräume und was können wir uns überhaupt vorstellen. Und da ist natürlich immer eine gewisse auch Prägung. Also wenn wir uns angucken, als ich würde sagen, wir brauchen bestimmt keine Tendenz mehr von irgendeinem Silicon Valley Investor, den wir noch zusätzlich motivieren müssen, zum Mars zu gehen. Ich glaube, das ist schon gegeben und ich glaube, dass das unter anderem tatsächlich wirklich an Science Fiction liegt. Also in dem Fall jetzt an Ian Banks. Also in dem Fall ist es halt definitiv Ian Banks, der einen ganz, ganz tiefen Einfluss auf Elon Musks Vorstellungen von der Welt und einer möglichen Zukunft hat. Ian Banks, schottischer Autor, ich glaube auch schon seit einigen Jahren tot, um das nur einzuschieben, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Ja, und deshalb glaube ich, dass dieser Aspekt, was denken wir uns denn aus und warum gehen wir zum Beispiel immer in den Weltraum, tatsächlich ein zentraler ist, in dem man halt genau diese Räume, in denen es auch um was anderes sich zum Beispiel vielleicht erst mal vorstellt und was das bedeutet. Weil natürlich müssen wir aus bestimmten Dingen ausbrechen. Ich meine, das ist ja wohl uns völlig klar. Also das stellt ja wohl keiner hier in Frage. Und wenn dann die Lösung ist, ja, wir gehen jetzt zum Mars. Ich meine, wenn uns vielleicht dieser Weg und diese Erlebnisse, die dort geschildert werden von Menschen, die schon im Weltraum waren. Ich habe tatsächlich gar kein besonderes Bedürfnis, in den Weltraum zu fahren. Dann ist das ja dieser Schutz dieser Erde und vielleicht ganz neue Lösungen darin zu finden. Bitte schön. Hi, ich bin der Marius und ich bin Student und ich wollte zu dir einwerfen, also mich erinnert das so ein bisschen, ich habe auch mit Sebastian drüber gesprochen, der Studiertgeschichte, an die Wiederentdeckung des europäischen Kontinentes aus europäischer Sicht. Also so dieses, da ist so eine neue Welt, die ist aus unserer Sicht eher primitiv und nicht bevölkert. Und da könnte man ja so eine neue Welt erschaffen, so sich neu ausleben und so weiter. Also ich finde, das ist ja so schon mal ähnlich passiert. Also mich hat das das daran erinnert. Und ich würde sagen, ich studiere Sozialwissenschaften und aus soziologischer Sicht ist das eigentlich fast unmöglich, sozusagen das alles andere hinter sich zu lassen, weil du bist geprägt, wie du geprägt bist in deiner Umwelt und diese Neuentwicklung, das würde sich dann sehr, auch sehr lange dauern und das finde ich ein bisschen, also ich würde da ein bisschen nüchtern damit umgehen, muss ich sagen. Aber das würde ich jetzt mal so als Einwurf mal bringen. Ich merke schon, dieses hier, dieser Optimismus kommt nicht so gut an. Obwohl du, das muss ich auch noch zu deiner Verteidigung sagen, du auch nicht ab Geburt oder ab dem ersten Satz, den du sprechen konntest, gesagt hast, ich will in den Weltraum. Das muss ich auch noch dazu sagen, dass es ein längerer Prozess war, aber entgegne gerne. Also ich kann es eigentlich nur unterstützen, was du sagst. Also ich glaube auch, dass dieses Szenario von wir starten bei Null eigentlich so nicht passieren kann. Aber das Interessante bei Science Fiction ist ja, sich genau zu überlegen, was sind die Extremen? Also dieses, was passiert bei Null oder was passiert, wenn einfach eine neue Erde oder wenn alle Menschen von der Erde auf den Mars fliegen? Keine Ahnung. Und was können wir davon für diesen realistischen Weg mitnehmen? Deswegen finde ich das so interessant, eben beide Aspekte mal durchzudenken. Dankeschön. Danke dir. So, ich würde sagen, er greift gerne, komischerweise bin ich noch so ungefähr bei Frage 4 auf meinem Zettel, aber die Zeit ist weg. Also er greift gerne die Gelegenheit, alle Fragen und Anmerkungen loszuwerden, die er loswerden möchte. Hallo, ich bin Delia und ich würde euch gerne fragen, wie, du hast es gerade eben mit Elon Musk ein Beispiel gegeben, wie Science Fiction Literatur SchriftstellerInnen die Gegenwart beeinflussen, durch ihre Vision, die sie haben und wie zum Beispiel heutige Technologien durch vergangene Science Fiction Literatur beeinflusst wurde und vielleicht dann auch ein Blick in die Zukunft, wie derzeitige Science Fiction Literatur die Technologie von morgen beeinflussen könnte, ob es da Trends gibt oder was euch ganz besonders aufhält. Ja, vielleicht macht ihr das alle hintereinander weg, also wo berühren sich Sachen, die mal eine Utopie waren, mit Dingen unseres täglichen Lebens? Vielleicht fangen wir damit an. Ja, gerne. Also ich würde tatsächlich auf die Gegenwart eingehen, also ich arbeite ja hauptberuflich im Feld künstlicher Intelligenz und was mir da eben auffällt in den aktuellen Science Fiction Filmen, es ist ja absolut keine realistische Darstellung der Technik, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil es muss kein Film um Gottes Willen, die soll noch nicht pädagogisch sein, das will keiner sehen, aber es verzehrt natürlich den Diskurs, wenn man es für wahre Münze nimmt. Also wie bei Ex Machina mit dieser Roboter-Frau, also schon eine Frau gespielt von einer echten Schauspielerin, das ist ja komplett albern, also wenn man sich das überlegt, das müsste ja eigentlich von einem Roboter gespielt werden, aber gut. So und dann hat man erstmal immer diese Anthropomophisierung von, oder die Vermenschlichung letztendlich von Robotern und auf der anderen Seite immer diese KI-Systeme, dieses AI Rising, Singularity, irgendwie die allmächtige KI-Mitbewusstsein. Und darauf geht wieder diskursiv sehr das ganze Silicon Valley ein, also das ist tatsächlich, und die sagen ja auch alle, sie sind Science Fiction Fans und dann macht Stephen Hawking auch noch mit und alle sind dabei bei der ganzen Debatte, die aber komplett davon ablenkt, dass die ganze KI-Problematik ja eine gesellschaftliche ist. Es geht ja nicht darum, dass uns irgendeine allmächtige Maschine beherrscht oder dass ein Roboter kommt, der uns die Job wegs nimmt, es geht ja darum, was das innerhalb der Gesellschaft mit uns macht. Also wie Machtstrukturen zementiert werden, wie zum Beispiel die Regierung die Macht festigen kann, in dem bestimmte Leute ausgeschlossen werden, weil es bestimmte Vorhersagen gibt von automatisierten Systemen. Das sind ja die Kernpunkte. Und da sehe ich eben so einen Intertext oder so einen starken Diskurs, der sich gegenseitig beeinflusst und sehr stark aufeinander referiert und letztendlich davon ablenkt, um was es eigentlich geht. Und eigentlich geht es ja um staatliche Überwachung, um Social Scoring, um den digitalen Kapitalismus. Und das wird in den Filmen ja gar nicht erwähnt, beziehungsweise ist es auch nicht darstellbar. Es gibt keine Bilder dafür. Aber das wäre meine Antwort. Okay, also in dem Bereich eher eine Vernebelung. Vielleicht wollt ihr noch antworten. Wo seht ihr das, was mal Science Fiction war, jetzt schon Realität geworden? Oder was denkt ihr, steht jetzt noch in Büchern, ist aber vielleicht in den nächsten 10, 20, 30 Jahren bei deinem Online-Portal zu kaufen? Ich habe mir diese Frage auch schon total oft gestellt, weil die Überlegung, ja klar, damals hat über den Nautilus geschrieben und danach gab es das U-Boot. Das kann man rückblickend immer so einfach sagen, diese Schlussfolgerung ziehen. Aber was bedeutet es wirklich für die Zukunft? Kann man genauso jetzt auch rekonstruieren, dass wir Science Fiction-Geschichten treiben und in 20 Jahren gibt es diese Technologie oder in fünf Jahren sieht die Gesellschaft so aus. Und ich glaube auch, dass Unternehmer vor allem sich gerade damit befassen, wie man das für strategische Kommunikation nutzen kann. Und also Beispiele dafür sind einfach auch, dass Leute wie Elon Musk sich mit Science Fiction zusammentun oder dass diese Felder irgendwie zusammenkommen. Und wie ich vorhin schon angesprochen habe, dass Science Fiction immer wissenschaftlich orientierter wird und Wissenschaft sich auch an Science Fiction orientiert, zum Beispiel durch Designs von Raumanzügen oder Ähnlichem. Und also so einfache Beispiele dafür sind, dass in der Serie Mars, vielleicht hat die jemand gesehen, Elon Musk als Experte dasteht und erzählt, wie seine Rakete zum Mars liegt und zehn Minuten später in der gleichen Serie kommt ein dramatischer Ausschnitt, wo diese Rakete tatsächlich zum Mars liegt. Also ich glaube, das wird gerade erkannt und es wird irgendwie auch genutzt für strategische Kommunikation dieser Zukunftsvisionen. Dann würde ich jetzt vielleicht deine Frage sogar gerne nochmal zuspitzen oder noch ein bisschen erweitern und dich fragen, Sina, mir kommt es so vor, als ob wir gar nicht so viel Zukunftsvisionen haben. Ich meine, gut, du hast jetzt mit der Mars-Mission einen starken Punkt, das geht klar, KI ist vielleicht ein anderes, aber ich habe das Gefühl, wir haben gerade gar nicht so viel Zukunft, also wenig, woraufhin wir zugehen oder wo wir, wenn wir jetzt, Star Trek ist ja immer ein beliebtes Beispiel für den Zusammenhang, nachdem du fragst, unsere Smartphones, Tablets und alle möglichen Kommunikatoren haben wir jetzt. Aber ich sehe im Moment gar nicht so eine Bereitschaft, so weit weg zu gehen von dem, was wir haben. Ist vielleicht irgendwie jetzt mal ein bisschen zugespitzte These die Digitalisierung der Killer für Science Fiction? Das ist ja schon alles so futuristisch. Da gibt es tatsächlich Thesen zu von quasi Science Fiction-Kolleginnen jetzt, nehmen Sie doch mal zu. Das ist quasi die Science Fiction in dem Sinne nicht mehr gibt, weil alles schon da ist und wenn es nur im Kleinen ist und weil es schon denkbar ist und das diesen Raum eigentlich verringert dafür, das noch tatsächliche neue Science Fiction entsteht. Ich sehe das ähnlich und hätte, sehe das tatsächlich ähnlich und finde es dementsprechend, glaube ich, die spannendste Frage, wie wir alle in einer gewissen Hinsicht zu so agilen oder flexiblen Menschen wie Ian Musk werden, die sich bedienen, wo sie wollen, indem sie ihre eigene Realität erschaffen. Also wie weit kann so ein Empowering klappen, dass man halt mit seiner eigenen Realität so kreativ selbst umgeht. Wie schafft man sich denn auch Welten, um dann wiederum Welten zu erschaffen? Also ich meine... Ich glaube, da hilft es, Millionär zu sein, oder? Milliardär. Entschuldigung. Entschuldigung, Ihnen. Ja, das erleichtert natürlich, dass man sich eine eigene Realität kreiert, aber... Also was ich quasi damit sagen will, das sind ja Orientierungs- und Fixpunkte, die dann Leuten ja auch Energie geben, so wahnsinnig auf irgendein Ziel hinzuschießen sozusagen. Und ich glaube, da gibt es sicherlich noch andere Charaktere, die quasi... Es ist ein spannendes Beispiel einfach, weil man ihnen ja so beim Tweeten zugucken kann. Aber ja, ich finde, das ist schon die Frage, weil ich glaube, es geht bei Science Fiction, es sind ja oft Denkübungen und es sind ja quasi Rätsel, die man sich auch stellen kann oder die, die aufkommen, weil man bestimmte Dinge durchdenkt und durchfühlt. Gleichzeitig ist es sozusagen eine Möglichkeit, das zu tun. Und das ist dann, was beeinflusst, liegt vielleicht auch daran, das ist ja bei allen Dingen so und ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wie viel... Wo jetzt Science Fiction das Spezifische ist und was einfach auch Künstlerische oder alle Formen von inspirierender Kulturgutproduktion, die wiederum dann andere inspirieren und wieder dann was anstoßen. Das sind ja immer so magische Prozesse, die keiner so genau hat. Manche Sachen sind ja auch einfach gleichzeitig da und liegen in der Luft. Vielleicht gebe ich dir deine Frage einfach nochmal selbst zurück. Also das, worüber wir gerade sprachen. Wir haben Pränataldiagnostik, wir haben jede Menge genetisches Wissen, wir selbst sind Zeuge und werden an uns selbst erleben, dass die Lebenserwartung dramatisch gestiegen ist hier für unsere Kohorten. Wir wundern uns nicht mehr, wenn auf dem Auto, auf der Straße ein Auto vorbei sirrt, ganz leise. Die Digitalstaatsministerin wartet auf Flugtaxis. Also wir haben, wir haben schon so viel und haben alle auch unsere glatten Devices dabei, die ja direkt aus einem Science Fiction Film kommen könnten. Würdest du der These zustimmen oder vielleicht auch einen Einwand formulieren, dass wir schon so viel Zukunft haben, dass wir vielleicht gerade mit der Gegenwart, wie sie ist, relativ gesättigt sind? Also sowohl als auch. Ich habe gerade, also einerseits, was Technologie da ist, ich glaube, da sind wir vielleicht auch gerade in einer Phase, wo wir quasi abgehärtet werden gegen neue Innovationen, dass da vielleicht auch gerade so ein bisschen die Imagination sowieso schon so stark am Rotieren ist, dass wir das Neue gar nicht mehr als neu empfinden. aber ich habe auch gerade zum Beispiel über den Tod nachgedacht, also im Sinne von, wann werden wir, aber offenbar, nein, nein, also im Sinne von, wann werden wir, also zum Beispiel, also das ist, finde ich, so ein Feld, das würde ich jetzt typischerweise nicht mit Innovationen verbinden, aber das ist ja gerade der neueste Hype im Silicon Valley, wie wir ja den Tod überwinden. Facebook hat ein Institut aufgemacht für, ich weiß nicht wie viele, für wie viel Geld, um in die Lebensforschung zu investieren und genau, da habe ich mich zum Beispiel gerade gefragt, Rob Kurzweiler ist ja quasi der Pionier oder der lauteste Fürsprecher dafür, dass wir uns jetzt alle einlegen lassen sollen, um uns dann in 150 Jahren oder 200 Jahren dann wieder quasi lebendig oder genau auf dem Mars womöglich zum Beispiel und da frage ich mich, wie sehr diese Vision zum Beispiel durch Science Fiction auch beeinflusst wurde und wie zum Beispiel dann Science Fiction dann in neuen Bereichen dann neue Visionen bieten kann, wie zum Beispiel Leben oder Tod statt jetzt Gadgets. Hat eine von euch eine Antwort drauf, die ganz großen Fragen zum Schluss. Ja, ich finde das oft interessant, habe ich das Gefühl, dass bei so Sachen, die so sehr, sehr, so als wären die kognitiv lösbar, das scheint mir fast hinter vielen der, sowohl hinter der AI-Ängste als auch der AI-Hoffnungen zum Beispiel oder auch, sagen wir mal, unternehmerischem Antrieb in der einen oder anderen Extreme doch ja, so tatsächlich ein Versuch, den Tod auszutricksen und sich dadurch doch auch auf einer Weise selbst seiner Menschlichkeit zu zu entziehen, klingt jetzt zu, ja, ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also das steckt, glaube ich, manchmal da mit drin und das finde ich, glaube ich, mitunter auch so ein bisschen problematisch an bestimmten Idealen, die dann auch wieder sehr wirkmächtig da sind, also gerade, weil sie dann eben sowas so projizieren und das sind ja dann doch auch Narrative, die irgendwie eine Gültigkeit haben, wenn wir AI so übermächtig machen, dann ist das ja doch was, wie wir eben glauben, dass die Zukunft wird oder dass sie ist, was uns wiederum als Menschen sozusagen eine Agency da drin überhaupt irgendeinen Stake zu haben, nimmt. Ja. Gibt es von euch noch Antworten auf die Fragen nach dem aufgeschobenen oder aufgehobenen Tod? Ich glaube, da geht es so ein bisschen um die Frage nach Innovation von Techniken und du hattest es ja auch schon anklingen lassen, dass heutzutage, oder ich tue, dass es gar nicht mehr so sehr um das richtig Neue geht, sondern um wie können wir Dinge verbessern und optimieren und ja, ich glaube, du hast gerade so ein bisschen die Frage gestellt nach, kann es Innovationen geben in diesem Bereich, kann der Tod irgendwie ganz aufgehoben werden und ich glaube wirklich, wir sind auch einfach gerade an einem Punkt, wo es mehr um die Frage nach Verbesserungen geht und dass diese Innovation und dieses komplett Neue immer noch der Science Fiction vorbehalten ist. Und wie bewertet das denn zum Beispiel die Politikwissenschaftlerin? Ist es bedauernswert, dass wir uns sozusagen mit dem nächsten Update zufriedengeben, statt das ganz Neue zu entwickeln? Ja, dem würde ich tatsächlich also auch zustimmen, oder es ist ja offensichtlich, dass da irgendwie jetzt so die neue große Vision oder der neue große Wurf fehlt. Also hinsichtlich Leben und Tod, I don't know, ich glaube, das sind eher Zombie-Filme und nicht so Science Fiction, weiß ich nicht. Aber was ich bei, die ich nicht mag, da kenne ich mich nicht aus, aber also bei der ganzen Silicon Valley-Sache, was ich da unheimlich spannend finde, letztendlich ist diese Technik-Gläubigkeit, also zu glauben, ich kann soziale Probleme technisch lösen. Und die sind ja alle, also Zuckerberg und Musk und alle sind ja Science Fiction-Fans, also gibt es ja auch Reading-Lists, so was mal, was die lesen, was sie empfehlen. Und die sehen ja immer aus den Science Fiction nur immer bestimmte technische Aspekte. Und ich gucke jetzt zum Beispiel vor allem auf die Sozialen und was es da für soziale Umwerfungen gibt. Und das wird ja da komplett ausgeblendet. Also die Idee ist ja irgendwie, wir sind Daten und wir haben da ein utilitaristisches Modell und wir hatten Daten aus und jeder Mensch ist ein Datenstrom und dann verbessern wir irgendwie aufgrund von irgendeiner Analyse letztendlich das Zusammenleben der Menschen. Und diese Technik-Gläubigkeit würde ich eben durchaus kritisieren. Also die geht in eine Richtung, die eher weniger visionär ist, die eigentlich wieder dystopisch ist oder totalitär. Da schließt sich der Kreis. Gibt es eurerseits noch Fragen? Wir sind so langsam im Lande anflug, aber ich möchte, danke dir, ich möchte niemanden abwürgen, also fragt gerne, was ihr noch geklärt haben wollt bei 40 Grad. Okay, jetzt habe ich aber noch zwei, sorry. Und zwar dachte ich, sicherlich fahren viele von euch weg über den Sommer oder haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit zum Lesen. Du warst gerade bei den Lektüre-Empfehlungen. Ich dachte, wir machen einfach mal einen Rundumschlag. und was würdet ihr empfehlen an Literatur, an Filmen? Ich kann mir vorstellen, es gibt vielleicht sogar ganz andere Gattungen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Freiwillige vor. Ich hatte es gerade schon mit den beiden Büchern, ich würde sie einfach kurz erwähnen, also Andy Weir mit Artemis und das andere ist Pool und Kornblut mit The Space Merchants, da geht es um die Besiedlung der Venus, genau. Und ein schönes Stück Science-Fiction-Literatur ist sowieso immer Douglas Adams. Das kann ich auch nur empfehlen, aber ich bleibe eher bei den Büchern, gerade merke ich, aber bitte euch den auch mal. Sina, was würdest du empfehlen? Also ich finde tatsächlich die neueste Star Trek-Staffel sehr sehenswert. Auch die zweite Staffel? Von Discovery? Ja. Okay. Isabella, da stimmt sie schon mal zu, aber du darfst auch genau, kann ich nur bestätigen? Darf ich auch Anti-Empfehlungen geben? Doch, doch. Also das heißt, ich bin ein Megui in Machines Like Me, das ist so, boah, voll. Naja, also würde ich nicht empfehlen. Ted Chiang, hast du ja vorhin erwähnt. Ich finde die Kurzgeschichte Story of Your Life finde ich ganz toll und auf der basiert ja der Film Arrival, den ich auch absolut großartig finde. Also ich würde, Kurzgeschichte, die ist 40 Seiten lang, das schafft man irgendwie in zwei Stunden und und den Film dazu ist phänomenal. Okay, vielen Dank für den Semesterapparat, aber letzte Frage. Wenn ihr jetzt eine Frage formulieren dürftet zum Leben im 22. Jahrhundert, weil mein Eindruck bei der Vorbereitung war, das 21. Jahrhundert, ich komme aus dem 20. Das 21. war schon was, also war groß und wichtig und auch so ein Begriff, aber wir reden jetzt eigentlich überhaupt nicht über das 22. Jahrhundert. Wenn ihr jetzt eine Frage formulieren dürftet zum Leben im 22. Jahrhundert zu der Art und Weise, wie Menschen dann ihr Zusammenleben realisieren und organisieren, wie sie kommunizieren oder wie sie regieren oder regiert werden, welche Frage wäre das? Also ihr hättet die Aussicht auf eine wahre Antwort. Um zu erfahren, wie es im 22. Jahrhundert aussieht? Im 22. Jahrhundert. Ihr habt eine Frage zum 22. Jahrhundert, die würde euch unter Garantie beantwortet. Welche Frage wäre das? Also mich würde eigentlich viel mehr interessieren, was sind denn dann die Zukunftsvisionen? Also wo soll es dann hingehen? Okay, was sind die Zukunftsvisionen? Also klar, schwingt damit, was es erreicht, aber wovon träumen die Menschen dann? Ja, deine Sina? Eine super Frage, aber erst mal würde ich fragen, gibt es uns noch? Okay, und du? Ich finde es spannend zu fragen oder zu wissen, ob wir uns tatsächlich genetisch, also durch neue Technologien tatsächlich so verändern, dass man so bestimmte Zwänge der Menschen so wie Wettbewerb oder so überwinden könnte. Wie, durch implantierte Chips oder wie? Ja, oder durch Veränderung des Genoms letztendlich. Okay, also welche genetischen Veränderungen haben wir bis dahin gemeint, durchführen zu müssen? Okay, vielen Dank für eure Fragen, auch für eure Antworten. Euch vielen Dank, dass ihr hier so lange ausgehört habt. Es kommt gleich der Saunameister mit dem Eukalyptusaufguss. Bis dahin könntet ihr rausgehen und was trinken und wieder für eine vernünftige Wasserzufuhr sorgen. Vielen Dank fürs gespannte Zuhören. Vielen Dank. Vielen Dank an Leila Simenboldt, an Sina Kamala Kaufmann und an Isabella Herrmann, dass sie bei diesen Temperaturen es hier vorne so lange ausgehalten haben. Schönen Dank dafür. Und euch noch ein Hinweis, ihr könntet vor dem nächsten digitalen Salon gleich mal wieder Minority Report gucken. Wir sprechen nämlich Ende Juli unter dem Titel Indubio Pro Data. Also wir fragen uns, inwiefern helfen Datenspuren Ermittlern beim Aufklären von Verbrechen und wo gibt es da Platz für kriminelle Energien? Also wir sprechen wieder das Gute und das Böse an euch. Darum geht es am letzten Juli-Tag, am 31.7. Bis dann. Danke. Applaus Dus. Danke. jenigen Vielen Dank.